Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zurück bei Black Ops 2. Wir machen wieder Team Deathmatch. Auf geht's! Mal gucken, wo wir reinkommen und was denn jetzt ansteht. Jetzt hätte ich fast wieder meine heißgeliebte Stoppuhr vergessen. So, starten. Hijacked. Get up. Pop-Shot ist ein bisschen schief gewesen. So, gib Gas nach. Oha, wie schreckend recht. So, auf geht's! Da habe ich das Gefühl, die Runde wird nicht so ewig dauern, weil die schon mega weit sind. Ach, man. Uh! Oha, das ist ja so. Auf, ihr geht's hier. Puh, ihr fand ich ja hier lieb. Ach, komm! Wir liegen böse weit hinten. Oha, Junge! Oha, ich muss das erinnern. Auf geht's! Auf geht's! Jawoll! So, was ist das? Mach mal Mausgeschwindigkeit schon an die Stelle. Au! Scheiß Claymore. Drecks Claymore. Oha, schade verloren. Na ja, ich mache jetzt auf jeden Fall noch eine Runde, mache jetzt aber eine kurze Pause, dass das nicht zu lange wird. Bis gleich. So, und weiter geht's wieder auf Hijacked. Diesmal von ganz Anfang an ausnahmsweise mal. Wow! Ich habe gleich mal ein paar Abschlüsse gemacht hier. Ganz dick. Aua, Schokolade. Ah! Granate des Todes! Mies! Mies! Ich muss echt lernen, mehr Granate zu benutzen. Ah, Knife. Knife. Ah, man weiß immer nie auf wem man zielen muss denn, wenn da zwei sind. Aua! Maaah! Maaah! Ich muss doch mal auf von so vielen Seiten zukommen. Pfff! Ah! Let me go! Oh! Oh, ja ne, ist klar. Achso, geneift. Ist klar, gut. Nehme ich. Angenommen. Junge. Der hat mir mal Schreck ein. Oh, da ist jemand. Oh, aua. Ahaha, alter. Rastet doch mal aus, ey. Ist klar. Hui. Ah, bin ich blöd. Oh, bin ich blöd. Ey, Mann. War das Fail. Hui. Das war aber ganz schön Fail. Jetzt gerade irgendwie so. Voller die Waldfee. Das war Fail. Zack. Granate des Todes. Oh, ja. Na, gewinnen wir. Oh, lol. Wie viele da waren. Schockladung. Bis next. Oh, lol. Wieso hab ich den denn nicht gesehen? Bin ich blöd, oder was? Ah, granate des Todes. Mieses C4, mieses C4. F12, ah, komm, das können wir besser. Ich sag doch, das können wir besser. Aua, lol. Lol, was geiler Schuss gewesen. Oh, da wär gleich einer gewesen. Schaade. Na ja. Gucken wir uns noch den letzten Abschluss schnell an. Jawohl, good job. Jo, 1414 Score Glatta10 Score. Damit bedanke ich mich fürs zugucken. Und sage, bis zum nächsten Mal, haut rein, tschüss.